hallo meine lieben und herzlich willkommen bei holst und tv sagt euch der opa mario der alte sack deswegen war ich total durch den wind ich hab der name ist nicht einmal aufgetaucht und dann hatte ich ganz vergessen gegen wenige wortsspiele gegen justin wusste ich war das nicht jetzt müssen wir die runde mit ohne wind kriegen mit wenig mit ganz wenig schauen wir mal da gab es ja vorhin nichts zu beachten ich habe die kammer wird es sei dass die gesto wort zu begeben ist es geht man will die kurze der netzbischung mit zehn prozenten ist es so ist müssen wir kennen kein wind mehr bei ein bisschen umspielen b das ist ich gucke an dass sie für das täuschen ich hätte jetzt mehr nach links gelegt ja ich hätte mir noch nicht ich wollte zuerst nach nach links zielen halt bitte an wenn ich seine probleme hat oder bei der herrunde warum nicht das ist unfair das finde ich ja nicht schön bleibt doch da liegen jetzt wenigstens dass ich zaubern kann danke ja das ist schon ein bisschen vielleicht kriegen wir eine schöne linie dazu kraft haben wir hier noch was sie hier wie solche einstellen schon wieder was mit der systeme tts schade der erste schlag die kunstigen uns jetzt hier das beste draus holen wenn man keinen gegenwind haben können wir hier nicht machen vielleicht Gut, nicht weg, bitte auf mich, bitte auf mich, danke. So, nicht die Hälfte, so, Hälfte, und ein bisschen zurück, so. Gut, danke, gut gemacht, Hoffe, gut gemacht. Wo ist denn, wo ist denn Helga und das Schmückstück, die haben wir gar nicht gesehen? Oh, das ist eine lange, lange Strecke, wa? Ach, die ist das, okay. Aha, wir müssen also erst hierher. Dann machen wir das, aber das mache ich mit Bremse, da sind wir so unsicher. Weil wir nichts nicht unnötig extra verschenken, also rüber kommen wir auf jeden Fall. So, wir müssen ein bisschen. Hauptsache, er rollt nicht weg. Gut. Er musste also, er musste also wieder hoch. So, würde ich mal sagen. Gut. 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 Fliß uns los, hier wo der 4. Looks to have chosen the 7-iron. Well, that's well played and a great birdie opportunity coming up here at the 4th. Wow, thank you, Super Shot. Wow, thank you, Super Shot. Wow, so good. Oh, the 3rd. Fast. Fast. Fast, ne? Had ich. Fahne ich. Da brauchen wir nichts schlechtreden. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Our current leader is up by 3 shots. And now we find ourselves with a powerful here. Uh-huh. FTS mal wieder. Uh-huh. So? Is that Luke? Gaggle? Gaggle of birdies? Uh-huh. Bonanza. Bonanza birdies. Alright, beauty. What? I can tell you what. They're set up quite nicely through the first opening holes. Birdies galore. Ah. This should play. Okay? Nicht zu weit springen. Bitte nicht zu weit springen. Gut. Ich bin sehr speziell. Look, nothing gets past you. Yes. This kit is a stud. ok schauen wir mal das ist wieder so ein mützending ich bin ja 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 ich kann wie ich kann ich kann und Die ist so. So. Drei Seitenwind. Okay, das ist ja noch... Das ist ja noch niedlich, ist ja nicht. Aber nicht unterschätzend auf die Länge. Das ist auf die Bühne. Alright. Hm. Mhm. Oh, aber nicht... nicht zu weit wegrollen. Oh, gut schottet, da. Right inside the range. Now let's head over and see what JT's been doing. Watch this put. To Justin. denn mit seiner tippen ist nutze ein wacht gewollt die 15 die linie immer dazu ist zum schätzen ist schätzen so würde ich sagen das geht ja noch aber wenn das pauffelder weiter weg geht dann habe ich probleme